guten morgen ihr lieben kate hat uns gestern ganz schön nach kurz unterhalb la havre gebracht und wir sind gerade aufgewacht auf dem schönen strand in der normandie herrlich endlich richtig schön sommer strand und es riecht ja so richtig südlich haben wir schon gesagt es riecht wir sind jetzt nicht super weit weg eigentlich von holland aber es riecht ganz anders so südlich genau und hier machen wir uns jetzt gemütlichen tag frühchen gleich gemütlich hüpfen ins wasser hey kate wo sind wir? wir sind beim wie heißt es? le mont de saint michel das schauen wir uns jetzt mal an bisschen kulturmutter aus muss auch sein sieht richtig schön aus von hier ist der jetzt ein bisschen unerlaubt geparkt glaube ich oder meinst du das geht? das geht schon mal kurz die infotabelle anschauen kate wo sind wir? hier ah ja da und dann laufen wir jetzt hier vor da geht es irgendwie zum burcht oder ich weiß es nicht aber ich glaube nicht dass du das ganze hinkommen wer das blut ist hier oben geht eine straße lang läuft komplett durch bis an der burcht ich glaube das ist alles sonst auch naturschutz das heißt da darf man gar nicht aus und man kommt dann auch beim hochwasser einfach bei den burg oder kate was meinst du? hätte ich auch gesagt ja unterfährt ständigen shuttle hier ist schon einiges was los hier so jetzt gibt es noch was gibt es? ein camping essen also alles kalt reispapier oder wie heißt denn die dinge nochmal? reispapier genau und da drin einfach kaltes gemüse genau wir haben hier paprika, karotte, gurke, mais, bohnen, feta, wasabi und das beste hier schaut mal unsere aussicht wir haben noch blick auf den Le Monde sah Michel genau dann einen guten 5, das ist ja hey was geht? hey es windet es windet ganz schön stark ganze Segel wird auch gebraucht bist du schon gespannt auf Segel? sehr gespannt ja wir sind ziemlich erledigt sag ich mal vorgestern waren wir den ganzen Tag auf dem Wasser es hatte ordentlich viel Wind fast schon ja eigentlich schon zu viel in den Böden genau ich bin mit dem kleinen Windsurfer also ein 4-0 das ist für der der es nicht kennt das ist echt ein kleines Segel wir haben auch ein relativ kleines Brett allgemein kleines Windsurfmaterial dabei für viel Wind und das war es dann auch richtig also ich hatte echt meine Hände voll an dem Segel schon ja und ich hatte den ganzen Kite auch 4 Meter und das ist ein Mini-Ding wenn man da falsch sieht dann ist er direkt tschuuu ja und nicht nur das sondern es war aber auch ein Hack also oder ganz viel Wind oder nichts und das ist halt eben sehr sehr anstrengend weil man dann konstant beschäftigt ist irgendwie sich anzupassen und dann zieht es einem einfach direkt das heißt wir spüren alles vor allem so Rücken, Bauch und zwischen den Rippen voll ja Beine eigentlich auch Beine auch so ready wir sind hier die Mandarinen sind auch da seit gestern zusammen unterwegs haben wir und was machen wir? wandern wir gehen jetzt da an der Küste entlang gibt es schöne kleine Trades zu dem nächsten Ortchen ich weiß jetzt aber nicht wie es heißt gut fahrenbereitet sind wir gut fahrenbereitet gut fahrenbereitet wir stehen da unten Strand Place de la Berge parkt und wir laufen so einen Küste-Trail entlang zu dem Örtchen Morga zeig mal was du dabei hast im Rucksack Wanderrücksack unser Müll unser Müll ja so läuft das die Schwester muss den Müll vom Bruder tragen und da sind schon Weichen da waren schon ein paar essen oder Sandwich haben wir uns gegönnt Sandwich mit Cola und dann noch eine Waffel mit übertrieben viel Nutella drauf und einen Kaffee und jetzt geht es mit vollem Bauch wieder zurück guten Morgen von uns aus Corsignor wir trinken unseren ersten Kaffee für heute wir haben eine ruhige Nacht hier verbracht hinter uns hinter der Busch steht Lowi und Alma ist auch noch da die liegen noch am Bett und wir schauen hier jetzt erstmal gemütlich den Surfer zu sind es schon einige im Wasser guck mal was wir heute machen was wir aufs Wasser gehen schauen was der Tag bringt wir hoffen es kommt Wind da geht auch schon die erste Kite los das ist für uns mal spannend ob der dann ins Fliegen kommt der Kite startet zumindest wenn er fliegt dann haben wir gute Hoffnung dass wir auch wingen können wangen ein rufe so Kate schnibbelt die Tomaten für den Bruschetta. Ja, wir haben alle einen Riesenhunger. Wir waren nämlich den ganzen Tag auf dem Wasser. War Hammer, Kai war Wingen und Alex auch. Und du warst, Kate? Kiten. Zuerst dachte ich, wir wechseln uns ab mit dem Wingen und dann war doch so gut Wingen, dann kam doch so gut der Wind, dann kamen schon andere Kiter und dann habe ich mir mein Kite geholt, damit ich nicht immer warten muss. Es sah richtig gut aus auch. Hammer, hat Spaß gemacht. Ja, so sah es aus, genau. Da ist ein großes Lächeln im Gesicht, das ganze Zeit. Alexander Wingen liegt noch hier. Die Mandarinen, die sind gerade Wasser auftanken und holen schon mal ein Brot für morgen. Und ich dachte, ich fange schon mal an. Der Hunger ist schon so groß. Dann können wir gleich direkt loslegen. Genau. Auch wenn das Wetter nicht ganz so sonnig ist. Letzter Abend mit Alex und Marie wird gegrillt. Immer schön. Achso. Gegrillt wird. Gegrillt. So, wir haben die Bucht von Gouillard verlassen und sind jetzt wieder on the road. Wo geht's hin? Was hast du ausgesucht? Ja, einen Strandparkplatz. Er weiß den Namen nicht. Na ja, wir werden sehen. Wir haben jetzt noch auf dem Weg ein bisschen was eingekauft. Toilette ist gelandt. Da muss man natürlich auch immer schauen, dass da nicht überläuft. Das ist sehr wichtig. Ja, jetzt schauen wir mal nach dem Mainstrand. Alex und Marie sind gestern jetzt dann wieder gefahren. Sie haben uns alleine gelassen. Ja, war erstmal komisch, fand ich. Wir waren ja am Anfang erstmal in Holland mit Familie. Und dann haben wir ja noch Alex und Marie aufgesucht. Mit denen hatten wir jetzt noch schöne dreieinhalb Tage. Und dann steht man plötzlich das erste Mal auf der Reise alleine da. War irgendwie komisch. Wir müssen uns erstmal dran gewöhnen. Für diese Woche war es dann auch schon wieder von uns. Ihr habt die Woche Frankreich. Falls ihr unser letztes Video von Holland noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das hier anschauen. Und wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann hinterlässt da einfach einen schönen Kommentar für uns. Ja. Oder auch, wir freuen uns natürlich immer allgemein über Rückmeldungen, wie es euch gefällt. Wir hören gerne von euch. Genau. Dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. Tschau. Tschau.